Hi! Und auch heute eine Liebesbotschaft für dich mit diesen wundervollen Amos Botschaften Karten. Konzentriere dich an einen besonderen Menschen. Konzentriere dich. Oh, und jetzt kommt schon wieder der Neuanfang. Hatten wir schon die Tage, es geht darum, ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Bei dem Neuanfang ist auch wirklich wichtig, dass du dich darauf einstellst, innerlich. Und dass du deine Träume, deine Sehnsüchte, alles was du in dir fühlst, voller Leidenschaft auch lebst. Mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel Liebe. Das ist die Botschaft für dich für den heutigen Tag. Und glaube auch an den Neuanfang. Hab einen wundervollen Tag. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.